Polskia Radio PLSKRADJ ist die öffentlich-rechtliche Hörfunkanstalt in Polen. Die Polskia Radio SA betreibt landesweite und internationale Hörfunkprogramme sowie 17 regionale Sender. Polskia Radio ist Mitglied der Europäischen Rundfunkunion. Programme Polskia Radio strahlt die folgenden sieben Programme aus. Polskia Radio 1 landesweit über LW und UKW. Polskia Radio 2 landesweit. Polskia Radio 3 landesweit. Polskia Radio 4 landesweit. Polskia Radio DLA Zagranisi Auslandsprogramm. Polskia Radio 24 Nachrichtensender digital und über Internet. Radio RYTM digital und über Internet. Geschichte Die erste Radiosendung wurde in Polen am 1. Februar 1925 von Polskia. The World Syst Radio Technik Zny auf der Wellenlänge 385 Meter aus Warschau gesendet. Es war eine Probesendung und ein technisches Experiment zugleich. Am 18. August 1925 wurde die Polskia Radio Spolka Z.O.G.R.N.I.K.S.O.N.A.O.D.P.I.D.I.A.N.O.S.S. von Sigmund Schamierz und Tadeusz Zulowski gegründet. Die polnische Rundfunk GmbH hatte ein exklusives Senderecht in Polen. Halo Halo Polskia Radio Wasawa Fahle 480 waren die ersten Worte, mit denen Polskia Radio seinen regulären Sendebetrieb am 18. April 1926 begann. In den folgenden Jahren starteten weitere Sender des polnischen Rundfunks in den Städten. Krakau, Katowice, Wilna, Lemberg, Torun, Baranoviće. Die Gesellschaft Polskia Radio hat um diese Zeit auch Radio Posnanski den Subkonzessionisten von 1925 übernommen. 1929 erhielt Polskia Radio die zweite modifizierte Sendekonzession für 20 Jahre, in der auch der Neubau eines Senders empfohlen wurde. Der Polen weit zu hören wäre. Diese Empfehlung wurde schon im Mai 1931 erfüllt. Im Mai 1931 erbaute man in Lazy Bayrasin einen neuen 120 kW starken und 200 m hohen Sender, damals den höchsten Sendemast in Europa. Man sendete auf der Wellenlänge 1111 m. In den 1930er Jahren nahm man in Polen die Produktion eigener Radioempfänger auf. Radio war damals sehr populär und modern und zog dementsprechend große Schriftsteller, Musiker, Dirigenten, Schauspieler und andere Künstler magisch an. Persönlichkeiten wie Jan Parandowski, Zenon Kosidowski, Jerzy Schanjowski, Jaroslav Iwaszkiewicz, Maria Dabrowska, Maria Kunzwitschowa, Gregor Zwittelberg, Z.D. Zislav Godzinski, Stefan Jaracz, Alexander Zylverowicz oder viele andere waren im Radio zu hören. In den 1. September-Tagen 1939 wurde der Sender in Rasin zerstört. Als Ersatzsender nahm am 7. September 1939 Wasserwatt II den Sendebetrieb auf. Der Sender Wasserwatt II sendete Luftangriffwarnungen, Weltnachrichten und Ansprachen des Warschauer Stadtpräsidenten Stefan Starzinski an die Bevölkerung. Am 30. September 1939 übernahmen die deutschen Besatzer beide Sender Warschau I sowie Warschau II für den Großdeutschen Rundfunk und ordneten die Konfiszierung aller polnischen Radioempfänger an. Polen durften unter Androhung der Todesstrafe kein Radio hören. Der polnische Rundfunk nahm erneut im Sommer 1944 in Lublin die Arbeit auf. Nach dem 20. November 1944 am 20. November 1944 wurde Polskia Radio unter sowjetischer Besatzung in ein staatliches Unternehmen umgewandelt. Die ersten Nachkriegsjahre wurden dem Wiederaufbau der Infrastruktur gewidmet. 1948 wurde Polskia Radio in Zentral-Ni-Urssat-Radiofonie, später in Komite TS-Radiofonie umbenannt. Am 3. Oktober 1949 wurde das zweite landesweite Radioprogramm gestartet. Im September 1957 entstand als eine der ersten Einrichtungen dieser Art das experimentelle Studio der elektronischen Tonverarbeitung, das für das Radio, TV, Film und Komponisten arbeitete. Am 1. März 1958 startete das 3. Programm. Im Juli 1961 sendete man zum ersten Mal in Stereo. Im Jahr 1974 wurde ein 646 Meter hoher und 2000 Kilowatt starker Sendemast in Konstantino errichtet, damals der größte Sendemast der Welt. Dank diesem Sendemast steigerte sich die Reichweite enorm und man konnte Polskia Radio in ganz Europa, in Nordafrika und fast überall in der Sowjetunion hören. In den 1970er Jahren kehrte man zu der Sendeformel-Sendung zurück. Die damals gestarteten Sendungen Lato Z Radiem, Sygnali Dnia und CZ Teripori Roku werden auch heute noch in ähnlicher Form gesendet. Am 2. Januar 1976 startete das 4. Programm. Am 29. Dezember 1992 reorganisierte man Hörfunk und Fernsehen aus dem staatlichen Radio Telewizja Polska entstanden 19 Neuunternehmen, Telewizja Polska SA, Polskia Radio SA und 17 regionale Gesellschaften. Am 23. März 2012 gab der polnische Rundfunk das Ende seiner Auslandssendungen auf Kurzwelle bekannt. Die Dienste werden fortgeführt, sind aber seitdem nur noch über das World Radio Network online und über Satellit sowie über eine App für iPhone und Android zu hören. Außerdem gibt es die Sendungen als Podcast, Auditorium 17, 17 regionale Gesellschaften der Polskia Radio SA-Quelle, siehe auch, Liste polnischer Hörfunksender, Juri Gumenjuk, Mitarbeiter der Weißrussischen Redaktion. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.